Anstatt ein langes Gesicht zu machen, sollten die sich lieber freuen. Für die ohnehin schon Verhätschelten, weil so geliebten Lipizzaner Hengste der Spanischen Hofreitschule gibt's nämlich ab heuer eine neue Sommerresidenz. Der Erwin Bröll ist auch da. Wo also könnte der neue Ferienstall dann sein? In Niederösterreich. Heldenberg. Die Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule Elisabeth Gürtler, Landwirtschaftsminister Berlakovitsch und der Landeshauptmann mit den Spendierhosen geben einen aus. Die Schlagzeile ist schon klar. So füttert Bröll die Spanische Hofreitschule. Und die Zucker schenken an Pferden. Ja, ja. Wir brauchen nur mehr Zucker. Bitte, bitte, bitte. Zuckerwürferl auf dem Tablet, die vom Gigerer in der ganzen Aufregung nur mit ein paar Pferdeäpfeln kommentiert werden. Wie in Niederösterreich die Spanische Reitschule fühlt wird.